Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe gut. Ich möchte gern heute etwas mit euch machen. Also, ich habe eine Idee. Wer möchte lernen, mit mir ein Bordpapier zu bauen? Bauen wir ein Blattpapier, einen Stift, einen kleinen Holzstab, eine Schere, Klebeband und ein kleines Stück Papier. 1. Wir falten das Blatt in zwei Hälften. 2. Wir falten die rechte Seite und dann die linke Seite. 3. Wir falten den N. 4. Wir falten die Hälften vorne und machen das gleiche hinten. 4. Wir falten die Hälften vorne und machen das gleiche hinten. 5. Wir falten die Hälften. 4. Wir falten die 찜 autre und betalen. 5. Wir falten den N. 6. Wir falten dasiam Holzstab und das sind das ganz wichtig. 5. Wir bekommen einen kleinen Hut. 6. Wir öffnen den Hut und falten ihn auf sich selbst. 7. Wir falten es vorne und intern wieder zusammen. 8. Wir öffnen und hier ist unser Boot. 9. Wir öffnen unseren Boot. 10. Wir öffnen den Namen. 10. Wir kleben den Namen auf die kleinen Hohlstange. Und wir machen ein kleines Loch an der Spitze unseres Bootes und können unseren Bootsmaß setzen. Ich hoffe, dass ihr Spaß ätet. Also Tschüss meine Lieben und bis bald. Mua! Musik 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 Musik